Mettbrötchen sind beliebt, Eierbrötchen sind beliebt. So ein Eierbrötchen oder Mettbrötchen? So ein Eierbrötchen wäre eigentlich ganz geil, ne? Das ist ja jetzt kein Prinzessinnen-Job. Was wir verdienen, das verdienen die meisten halt erst nach dem Studium. Warum steht ihr ständig einfach nur rum? Tun wir tatsächlich nicht. Das sind dann diese Momentaufnahmen. Wenn die Leute dann vorbeikommen, die stehen nur rum. Die tun ja nichts. Kein Wunder, dass wir nicht weitergehen. Die kommen in dem Moment daran vorbei, wo wir stehen, um einfach mal kurz eine gewisse Arbeitsbesprechung zu machen. Und das sieht der Verkehrsteilnehmer und hat direkt das Bild, die stehen nur rum, die sorgen nur für Staub. Warum dauert das immer so lange mit den Baustellen? Gut Ding will Weiler haben. Genau. Manchmal sieht man nicht das, was da wirklich auf der Baustelle passiert, wenn man jetzt so als Außenstehender da vorbeiläuft. Das, was man sieht, ist eigentlich nachher nur noch die Oberfläche von der Straße. Die wirkliche Arbeit, die steckt im Untergrund. Das Ausschachten, die Tragschichten aufbauen nachher. Die Oberfläche, das ist der kleinste Teil von diesen Arbeiten. Man muss sich natürlich auch vor Augen führen. Wir gucken, dass es den Verkehrsteilnehmern gut geht, dass sie auch weiterhin auf den Autobahnen fahren können. Und das nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch. Die meisten Menschen verstehen halt nicht, dass, wenn wir eine Woche jetzt nicht arbeiten, weil der Beton aushärten muss, dass dann die Beschilderungen, die Absperrungen halt nicht weggeräumt werden für die Woche. Habt ihr einen Schulabschluss? Also wäre schlecht, wenn wir keinen hätten. Na klar haben wir den. Realschulabschluss? Hauptschulabschluss. Oberstuhlreife. Allgemein glaubt man, im Grad Straßenbauarbeiter sind dumm. Leider läuft uns das hinterher, dieses Gerücht. Ist aber nicht so. Also bei uns braucht man auf jeden Fall ein mathematisches Verständnis, also ein technisches Verständnis. Man kann nicht einfach so drauflos arbeiten und das Loch ist jetzt da und fertig. Weil wir müssen ja berechnen, wie viel Beton wir brauchen, wie viel Kies wir brauchen. Die Höhlen müssen wir selber machen meistens. Lesen, schreiben, rechnen. Da sollte man schon fit sein. Werdet ihr oft von Autofahrern angepöbelt? Also ich selbst persönlich habe das schon öfter erlebt, als ich auf der Autobahn gearbeitet habe. Also da wird eigentlich ein 10-Minuten-Takt gehubt. Manche werfen eine Dose raus. Oder schreien dann, macht was schneller. Wir waren dann am Hupen, waren am Brüllen, waren am Schreien. Das hat dann schon teilweise genervt. Vor allem die Lkw-Fahrer. Die sind dann da auch nicht allzu zufrieden, wenn wir da irgendwie eine Spur mal wegnehmen. Ja, ich hatte die Situation am Freitag noch. Großen Verkehrsunfall, Vollsperrung. Ja, stehen die Leute hinter der Tafel und meinen dann mit einem diskutieren zu müssen. Sie hätten Termine, sie müssten jetzt unbedingt da durch. Das ist auf jeden Fall blöd. Da fallen schon mal Sprüche, aber meistens gibt es einen zurück und dann ist es auch gut. Was bringt euch eigentlich mehr zum Schwitzen? Die frische, geteerte Straße oder die pralle Sonne im Hochsommer? Die Kombi von beiden. Die Kombi von beiden? Die 40 Grad von oben und nur 80 Grad von unten vom Asphalt. Im Hochsommer fühle ich mich manchmal wie ein gegrätes Hähnchen. Da läuft man auch manchmal oberkörperfrei rum. Klar kühlst du dich ab, dann gehst du mal in den Schatten, hast ein bisschen länger Pause. Ist auch ganz normal. Versuchst auch die schweren Arbeiten auf den Morgen zu legen. Wie steht es mit Sonnencreme? Ja klar. Wird sogar vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Ja klar. Definitiv, weil es zum Arbeitsschutz gehört. Jeder, glaube ich, hat schon mal seine Erfahrungen mitgemacht. Ja, ein Sonnenbrand ist nicht schön, tut ganz schön weh. Die sollte man auch benutzen, weil der Hauptfeind von einem Straßenbauer ist die Sonne. Ich habe mal eine Frau an der Schippe gesehen. Ja, also nicht viele tatsächlich, aber es wird immer mehr. Also bei uns im Bereich gibt es eine Frau, die ist Vorarbeiterin, aber sonst hast du schon nie eine gesehen. Ja. Klar. Ist selten, aber gut. Kommt vor. Wird auch total akzeptiert. Wird jetzt nicht irgendwie anders behandelt oder so. Man kann nicht mehr von einem reinen Männerberuf sprechen. Ne. Alle, alle.